Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und habe mir heute meinen lieben Kollegen Philipp Stühler-Walter aus Bad Godesberg eingeladen. Wir wollen uns mal ein bisschen so Corona updaten zu den ganzen Themen, die sich so angestaut haben. Homeoffice, Impfpflicht, Maskenpflicht aktuell, Schutzhygienekonzept und so weiter. Das werden wir heute im Video so Punkt für Punkt miteinander besprechen. Und wir haben schon im Vorgespräch gemerkt, wir werden uns vielleicht bei einzelnen Punkten sogar streiten. Ja, Tag zusammen. Corona, das Dauerthema. Man hat ja überhaupt nichts anderes mehr. Das ist ja fantastisch. Was haben wir aktuell? Wollen wir vielleicht mit dem anfangen, was so zeitlich am dichtesten dran liegt, der vielleicht neuen oder nicht so neuen oder ergänzenden Verordnung unseres Bundesarbeitsministers. Ich habe die ja so ein bisschen auseinandergenommen. Du auch, habe ich gesehen in deinem Video. Das kann sich ja jeder angucken. Wir verlinken das unten nochmal. Aber vielleicht sag doch nochmal, wie du das insgesamt einschätzt, das Teil. Was hat sich für die Arbeitgeber geändert? Wie muss man sie aktuell verhalten? Also ich würde mal sagen, du hast das Ding nicht auseinandergenommen, sondern zerrissen und zwar nach allen Regeln der Kotzt. Ich hatte ein bisschen Mitleid mit unserem Bundesarbeitsminister. Mitleid hatte ich auch. Aber ich meine, wir können ja nur das Endergebnis sehen. Ja, also aus meiner Sicht auch ist es tatsächlich deutlich mit heißer Nadel gestrickt worden. Das merkt man schon. Hattest du ja auch angesprochen mit diversen Wiederholungen, die dann auch nicht klarer geworden sind. Jetzt ist das natürlich immer auch so eine Schwierigkeit generell. Weißt du genauso gut wie ich mit abstrakt generellen Formulierungen. Wie soll man das hinkriegen, ohne dass man in die Gefahr in eine Einzelfallgesetzgebung reinkommt? Dann wäre es ja wieder verfassungswidrig. Ich bin persönlich sehr fröhlich, dass ich diese Verordnung nicht schreiben musste. Wesentliche Änderungen aus meiner Sicht sind eigentlich gar nicht so viele gegenüber dem vorherigen Zustand. Was haben wir großartig neu jetzt mal ausdrücklich irgendwie, dass keiner weniger als zehn Quadratmeter im geschlossenen Raum haben soll. Das war vorher nicht drin. Was auch neu ist, ist, dass dieser Stoff-Mund-Nasen-Schutz nicht mehr ausreichen soll, sondern mindestens so eine medizinische Maske an den Start muss. Also entweder halt so eine OP-Maske oder eine FFP2. Die meisten sind ja in Wirklichkeit KN95-Masken, habe ich gelernt. Auch die Dinger, die ich hier so rumfliegen habe, die sind alle KN95. Was ist das hier auf KN95, oder? Nee, das ist eine OP-Maske. Ah, siehste, ich habe OP-Masken schon immer hier. Ich habe mir eine riesen Ladung aus China bestellt gehabt. Ja, wir haben auch so einen dicken Pack in der Kanzlei. Hat es mir auch neulich mitten im Tabakladen so flutsch von der Nase gerissen. Erstmal, weil das Gummi gerissen war. Aber diese KN95 sind, habe ich gelernt, kein Stück schlechter als FFP2-Masken. Und nein, sie filtern keine Viren. Den Zweck erfüllen sie einfach nicht. Das hat auch noch nie jemand behauptet. Das sind im Ergebnis Feinstaubmasken. Dadurch, dass die aber so ein übereinanderliegendes Material haben, kommt natürlich relativ wenig durch. Und es gibt eine gewisse Chance, dass man diese blöde Corinna da auch so wenigstens ein bisschen mit raushält. Also die Dinger sind jetzt vorgeschrieben als Minimum, müssen vom Arbeitgeber bereitgestellt werden. Potztausend, der Arbeitgeber muss Arbeitsschutzmaterial zur Verfügung stellen. Ich hätte es ja nicht gedacht. Obwohl, ich habe jetzt schon viele Anfragen tatsächlich gekriegt von Arbeitnehmern, die sagen, ja, also mein Arbeitgeber gibt die mir einfach nicht. Ja, haben wir hier auch. Und jetzt muss man ganz klar sagen, in der Verordnung zum dritten Mal wiederholt, aber es ist da nochmal extra drin reingeschrieben. Da steht wirklich wörtlich drin. Jetzt kann da auch keine Diskussion mehr bestehen. Uns beiden war es immer klar, dass natürlich der Arbeitgeber das bereitstellen muss. Aber ich würde nochmal den einen Punkt, der ja nun am meisten in den Medien auf und ab ging und vorher diskutiert wurde. Es war ja kurz mal drin eine Bußgeld bewährte Homeoffice-Pflicht. Da ist wieder rausgeflogen mit dem Bußgeld. Aber lass uns nochmal kurz überlegen. Es steht ja doch drin, es soll ja möglichst Homeoffice gemacht werden. Und es spielt ja auch, wenn ich jetzt kein Bußgeld zu erwarten habe, es spielen ja Haftungssachen. Ich habe gerade für einen Vortrag mal alles so rausgesucht, wie man sich strafbar beziehungsweise ordnungswidrig verhalten kann als Arbeitgeber. Also da gibt es ja noch gewisse Drohungen im Hintergrund. Was empfehlen wir den Arbeitnehmern denn so praktisch? Ich sage mal, was ich jetzt sage zu den Arbeitgebern, ist, dass ich sage, bietet euren Mitarbeitern, soweit es eben möglich ist, also hier auf dem Acker bei uns, unsere Bauern können das natürlich nicht machen, aber bietet euren Büromitarbeitern, die am Laptop arbeiten können, Homeoffice an. Und wenn die nicht wollen, lasst euch das schriftlich geben, dann seid ihr raus. Sind wir uns da einig, beide? Also auf Arbeitgeberseite würde ich auch sagen, mindestens per E-Mail irgendwie dokumentiert. Aber jetzt vertrete ich ja keine Arbeitgeber, deswegen habe ich die Problematik immer nicht. Bei mir sind es ja die Betriebsräte und die Einzelarbeitnehmer, bei denen, die dann bei mir halt anfragen, was machen wir. Übrigens, das Bußgeld hätte überhaupt nicht reingemusst in diese Verordnung, all die, weil es im Arbeitsschutzgesetz schon drinsteht. Ja, das ist ja eine konkrete Verordnung aus § 18 Absatz 3 Arbeitsschutzgesetz mit Bezug auf § 18 Absatz 1 und auf diverse andere. Und da ist tatsächlich die Bußgeldandrohung ist ohnehin schon da, ich glaube bis 5000 oder so. Ich weiß es gerade gar nicht genau auswendig. Und im Extremfall kann tatsächlich die zuständige Behörde auch die Hütte dicht machen. Ja, aber ich glaube, aufgrund der Wischiwaschi-Formulierung, wie sie jetzt drinsteht, die Bestimmtheitsgrundsatz und so weiter, würde ich eine Wette machen, um das nächste Kölsch bei dir, dass ein Bußgeld aktuell eigentlich nicht Bestand haben würde. Wie ist es formuliert? Der Arbeitgeber muss ein Angebot auf Homeoffice machen, es sei denn, zwingende betriebliche Gründe sprechen dagegen. Ein Angebot machen, jetzt könnte man natürlich fies sein und sagen, naja gut, ich habe ein Angebot gemacht, damit ist der Anspruch erfüllt. Ist natürlich doof, wenn die Arbeitnehmer das dann auch annehmen. Ja, aber guck mal, im Kleinbetrieb wissen wir doch, wie es läuft. Da wird den Arbeitnehmern gesagt, ich sehe ja die Probleme häufig in den Kleinbetrieben, weil große Betriebe haben doch oft schon Konzepte und da läuft es halbwegs vernünftig. Aber im Kleinbetrieb, wo der Arbeitnehmer keinen Kündigungsschutz hat, da geht der Arbeitgeber zu seinem Arbeitnehmer und sagt, pass mal auf, Freund, ich schicke dir eine Mail. Wenn du das Ding annimmst, dann kannst du dann nach Hause gehen, dann kannst du gleich da bleiben. Und dann stehen wir da mit der Kündigung, wir kommen ja gar nicht zu uns, weil sie haben keinen Kündigungsschutz, in Corona-Zeiten stehen sie draußen, was werden sie tun? Sie werden also faktisch sagen, wie du es vorgeschlagen hast, mit der Mail, einwandfrei. Sie werden antworten, nein, ich möchte nicht in Homeoffice. Ich sage einfach den Arbeitgebern, lasst euch schön auf dem Zettel, schreibt das rauf, lasst euch ankreuzen, ja, nein. Und dann haben die natürlich alle am Ende, wenn sie es so wollen, nein da. Ich meine, ich sage natürlich meinen Arbeitgebern, diese Regelungen haben alle Sinn. Also bitte versucht doch, das hätte ich schon längst gemacht. Jeder vernünftige Arbeitgeber sollte seine Leute so weit wie möglich im Homeoffice lassen. Wir haben auch schon immer empfohlen, was jetzt auch in der Verordnung drinsteht, dieses Gruppenarbeiten, dass man bei mehr als zehn Mitarbeitern soll man ja möglichst Kleingruppen bilden, habe ich die ganze Zeit schon gesagt. Einfach, wenn du Quarantäne reinkriegst in deinen Laden, dann hast du mit Gruppenarbeit die Chance, dass dir nicht dein ganzer Laden flach liegt. Das ist nämlich, das ist das Ding, ich meine, ich habe es ja immer nur mit den Arbeitgebern zu tun, die nicht vernünftig sind oder maßgeblich mit meinen Betriebsräten habe ich natürlich auch mit vielen vernünftigen Arbeitgebern zu tun. Ich möchte jetzt immer gar nicht so tun, als müsste ich da permanent Klassenkampf im Betrieb führen. Aber es gibt eben auch ein paar, die sind da so völlig uneinsichtig und zwar unabhängig von der Betriebsgröße tatsächlich. Das Ding Dong war mal ein E-Mail-Programm. Ach, komm. Also ich habe tatsächlich ein paar Betriebe, wo der Betriebsrat schon im März den Krisenmanager gemacht hat in Sachen Corona, weil von der Arbeitgeberseite nichts kam. Und auch jetzt müssen wir schon wieder mehr oder minder mit der Einigungsstelle drohen, damit die das machen, was in der Verordnung ausdrücklich drinsteht, nämlich erstmal eine neue Risikobewertung. Da steht ja auch ausdrücklich drin, es muss jetzt eine neue Risikobewertung machen. Und wie du in deinem Video schon vollkommen richtig gesagt hast, also die Arbeitgeber, die das im März ordentlich gemacht haben, haben jetzt eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Wir müssen noch mal kurz gucken, stimmt das alles noch? Kommen wir damit noch klar? Das ist aber ein Ding, das ist schnell gemacht. Die Maskengeschichte nochmal umwechseln. Ich habe ja selber hier damals eins gemacht, auch für die Kanzlei. Da kann man sich aus dem Internet runterladen. Ich habe noch nicht nachgeguckt, ob einer schon so ein aktuales... Die Handwerkskammern haben das immer ganz gut vorrätig auf den Seiten, ob die das schon aktualisiert haben. Aber ansonsten passt man das an ein paar Stellen an. Macht es nochmal mit neuem Datum, druckt es aus. Und ich habe meine Mitarbeiter das alle unterschreiben lassen. Und fürs Ordnungsamt schön in eine Klarsichtfolie, natürlich nicht mit den Unterschriften, ja, der Datenschutz, schön die Variante fürs Ordnungsamt auf dem Tresen raufgebabbert. Und wenn die wirklich, die fahren ja bei uns hier immer Streife, wenn die mal sich reintrauen in die Kanzlei, dann sehen die überall die Maskenschilder, das Konzept. Also ich glaube, da ist man ganz gut am Start mit. Ja, ich habe ja keine Mitarbeiter. Ich bin ja mit der Kollegin da völlig alleine. Wir putzen sogar selber. Von daher haben wir das Problem nicht. Aber ansonsten würde ich tatsächlich, also wenn ich eine Refa da hocken hätte oder zwei oder wie viele auch immer, würde ich natürlich prüfen, hier, wie sieht das aus? Kann ich die wenigstens teilweise irgendwie nach Hause schicken und von da aus arbeiten lassen? Gut, Post rausholen und sortieren und scannen, wird man nur vor Ort können. Da jetzt ein großartiger Weiterleitungsantrag da irgendwie deswegen zu machen, das würde ich dann, das wäre, glaube ich, auch nicht mehr zumutbar. Aber ich würde es tatsächlich schon auch aus eigenem Interesse überprüfen, weil das ist, das wollte ich gerade sagen, was viele Arbeitgeber nicht sehen, dass ja generell aus dem Infektionsschutzgesetz das Gesundheitsamt, wenn da irgendwie so ein Ausbruch ist oder viele Verdachtsfälle sind oder ähnliches, die können ja die Hütte dicht machen, wenn alles nicht fruchtet. Dafür braucht es auch diese neue Verordnung überhaupt nicht. Das können die Gesundheitsämter schon immer. Wir haben einen Betrieb da mit meinem Betriebsrät und hat nebenan, hat das Gesundheitsamt gesagt, so und die Hütte ist jetzt dicht. Das ist so mitten im Gewerbegebiet, wo jeder auch gesehen hat, okay, bei dem wurde die Hütte jetzt dicht gemacht und selbst da mussten wir doch irgendwie, da haben wir immer gesagt, lieber Arbeitgeber, wir machen das doch nicht, um dich zu ärgern. Wir machen das, um unsere Leute zu schützen und wir machen das, um deinen Betrieb zu schützen, weil sonst wird dir noch die Hütte dicht gemacht hier. Das wird ignoriert. Es ist fantastisch. Aber das ist jetzt ein extremer Fall. Also mit den meisten kann man schon vernünftig reden. Auch die, auch die, ich habe das heute mal durchgeprüft, die ganzen Ordnungs, ich komme auf eine Folie in meinem Vortrag allein an Ordnungsgeldvorschriften, die einschlägig sein könnten, mit wirklich empfindlichen Ordnungsgeldern, aber auch Strafvorschriften sind nicht wegzudenken, fahrlässige Körperverletzungs-Tötungsdelikte. Der Fahrlässigkeitsvorwurf wurde einfach aus der Verletzung der Verordnungsnorm, würde der rausgezogen werden sozusagen, der wäre in die Zeit dadurch, ja. Und wir sind ja im Strafrecht, auch bei, zumindest wenn man jetzt, was der BGH so zum bedingten Vorsatz sagt, bei den Raser-Unfällen und so, ja, ich bin jetzt kein Strafrechtler, aber ein bisschen beschäftige ich mich damit immer, bist du auch ratzbatz beim bedingten Vorsatz und dann im vorsätzlichen Delikt. Und wenn man dann in diesem kritischen Bereich wie Seniorenheime und so weiter, wenn da, ich habe das oft schon gehabt, ich vertrete ja ein paar, dann ermittelt plötzlich die in Anführungszeichen Mordkommission, wenn die Angehörigen Anzeige erstatten, ja, und das kann ganz, ganz schnell gehen und da sind viele blauäugig, ja. Wie, ich habe ja beide Seiten, ich habe ja Arbeitnehmer und Arbeitgeber, weil den Arbeitnehmern habe ich im Moment sehr viele Anfragen im Hinblick auf, mein Arbeitgeber erfüllt das Ganze nicht, der hält sich nicht an die Regeln, kann ich die Arbeitsleistung zurückbehalten. Dann, wie siehst du das, also wie berätst du da aktuell? Ja, schwierig. Also rechtlich, 273 BGB, komme ich eigentlich relativ fix drauf. Generell, wenn Arbeitsschutzmaßnahmen nicht eingehalten werden, man kennt das aus dem Brox von damals noch, Brox, Grundkurs, Arbeitsrecht, kaputte Leiter, muss der Arbeitnehmer nicht drauf. Genau, genau. Also rechtlich komme ich auch schnell zu dem Schluss, wenn der Arbeitgeber partout keine Masken zur Verfügung stellt, dann muss man auch nicht arbeiten. Praktisch betrachtet sollte man es natürlich auch das eine oder andere Mal ankündigen und sagen, hier, lieber Arbeitgeber, sieh mal zu, dass Masken an den Start kommen. Ansonsten behalte ich meine Arbeitskraft zurück. Problem ist natürlich, deswegen bin ich in der Richtung auch mit der Beratung so ein bisschen vorsichtig, weil wieder praktisch betrachtet, werden wir die Frage innerhalb eines Kündigungsschutzverfahrens dann irgendwie klären müssen. Und ich möchte ja auch niemanden künstlich in die Kündigung reintreiben. Das ist ja unschön. Ja, aber das sage ich ja auch immer so. Das haben wir auch kein Problem. Ich beruhe die Leute so weitestgehend immer und sage, geht mal hin. Aber ich habe hier wirklich harte Fälle von Leuten, die selber Risikopatienten sind und denen ich dann auch glaube. Also es gibt ja die Verweigerer und auch, ich sage mal, es gibt ja auch die Leute, die nicht unbedingt Bock haben zu arbeiten und jeden Grund suchen. Aber ich habe eben viele, die wirklich sich nicht hintrauen und zwar aus purer Angst. Und da ist dann, wie du gesagt hast, Ankündigungs, lieber dreimal ankündigen und schriftlich und mit Anwalt. Aber letztlich muss man dann auch immer eine Abwägung machen mit seinem Gesundheitsschutz. Es geht jetzt nicht nur um Arbeitsschutz, sondern es geht ja wirklich um den konkreten, ich will jetzt nicht sagen Überleben, aber für Männer in unserem Alter jetzt, die alle noch im Berufsleben sind, kann so eine Corona-Geschichte statistisch schon problematisch werden. Ja, aber ich bin über 50 und Raucher. Ja, ist schwierig. Ja, und stell dir mal vor, du bist 50 Raucher und wenn du jetzt noch, was weiß ich, Übergewicht hast und vielleicht irgendwie eine COPD oder irgendwas und schon hast du dann Rechnung und guck dir mal die Chancen an, die du dann hast, wenn du, ich hätte jetzt fast gesagt, die Scheiße kriegst. Also das ist für einige Leute und dann die ganzen Leute, die selber nichts haben, aber Angehörige mit Frieden zum Beispiel, die schon jetzt oder Eltern, die über 80 sind, ja, 80 jährige Männer, die das kriegen, haben im schweren Fall, glaube ich, eine 30% Überlebenschance. Also wir haben bei den Leuten, die unter Risikogruppe fallen, hier so COPD oder unter Vorerkrankung oder einfach ein bestimmtes Alter schon mal, da haben wir schon im März eigentlich, also zumindest da, wo ich beteiligt war, haben wir in die Betriebsvereinbarung ausdrücklich reingeschrieben, dass die erstens einen Anspruch haben auf einen begegnungsfreien Arbeitsplatz, dass der Arbeitgeber das irgendwie organisieren muss und wenn Schichten irgendwie so gestellt werden, dass dann die Leute, also im Regelfall geht es irgendwie, mit ein bisschen Fantasie kriegt man das hin, in jedem Betrieb, da kann man mir nicht erzählen, das würde gar nicht gehen und dass die im Zweifel auf jeden Fall ein Zurückbehaltungsrecht haben. Wir haben es ausdrücklich in die Betriebsvereinbarung reingeschrieben, einfach um den Leuten eine Sicherheit zu geben. Also wir haben etwas reingeschrieben, was im Grunde im Gesetz schon drinsteht, aber das sieht ja für die Leute immer besser aus, wenn es in der Betriebsvereinbarung dann auch drinsteht. Kleinen Moment mal gerade. Ja, Katze, ich komme. Ja, das ist auch nicht immer nur der Arbeitgeber, es ist halt auch manchmal der Kollege, der die Maske nicht aufsetzt oder der sich unvernünftig verhält und insofern haben wir da ganz verschiedene Fronten. Also in meiner Gegend hier, wo ich bin, in Brandenburg, da kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich selber unterwegs bin, sehe ich an der Tankstelle oder so, wie viele Leute doch sehr unvernünftig sind und da kannst du dann mit der, ja gar nicht auf den Arbeitgeber einprügeln, wenn es dein Arbeitskollege ist, der sich nicht an die Regeln hält. Ja, also viel schlechte Problematik. Also das Bundesarbeitsministerium geht ja in dieser Verordnung davon aus, und das hat Hubertus Heil ja auch in der Pressekonferenz häufiger mal so betont, die setzen ja auf Anschwärzen. Ja. Die sind ja der Meinung, so steht es ja auch in der Begründung zu der Verordnung drin, die sind ja der Meinung, die Arbeitgeber sollen fleißig zu den Arbeitsschutzbehörden marschieren und ihre Arbeitgeber da an den Kanthaken liefern, auf das die mal vorbeikommen und dann da mal durchfegen. Ich finde das misslich, weil ich habe generell so ein Problem mit dieser Whistleblowerei, weil es bringt die Leute in Teufelsküche und wir wissen auch alle, wie das, du bist aus der DDR, du weißt, wenn ein System von Denunziation einmal etabliert ist, wie das funktioniert, weißt du tausendmal besser als ich. Ich bin ja immer bequem in der Demokratie aufgewachsen, finde ich ein bisschen schwierig. Ich hätte mir schon gewünscht, insbesondere bei der Homeoffice-Geschichte, dass da wirklich dezidiert drinsteht, der Arbeitnehmer kann verlangen. Ja. Das wäre sauberer gewesen. Dann wäre es ein individualrechtlicher Anspruch geworden. Dann hätten wir den gegebenenfalls, ich meine, sogar auch per einstweiliger Verfügung durchgekriegt. Also Allbedürftigkeit dürfte hier ja nicht so das Problem gewesen sein. Und wenn es dann heißt, es sei denn zwingende betriebliche Gründe, sprechen dagegen, das ist ja nochmal deutlich mehr als dringende betriebliche Gründe. Und da wissen wir, ist die Hürde ja schon verdammt hoch. Das wäre, glaube ich, effektiver gewesen. Ich fürchte, das Ding wird ziemlich ins Leere laufen. Ja, da bin ich auch so. Wobei ich beim Whistleblower-Schutz sage, obwohl ich vielleicht, weil ich am Osten dran gewöhnt bin und es nicht als so, ich sehe es gar nicht so als problematisch an. Also ich finde, in Deutschland schon immer, sagt ja auch der EuGH, der Whistleblower-Schutz ist katastrophal schlecht eigentlich. Ja, sicherlich aus gutem Grund, weil man Angst hat vor so einem Anschwärtssystem. Aber ich finde es natürlich widersprüchliches Verhalten eines Gesetz- oder Verordnungsgebers, wenn er einerseits nicht dafür sorgt, dass der Minimumstandard an Whistleblower-Schutz hier ist und andererseits die Leute auffordert, denunzieren. Ich muss, muss man nochmal ganz klar sagen, nach derzeitiger Lage, wenn ich auf Nummer sicher gehen will, in der betriebliche Abhilfe versuchen. Wenn ich nach außen gehe mit, egal was es ist, ob es Datenschutz oder Gesundheitsschutz ist, ist immer ein Risiko da, dass ich nachher der bin, der das beweisen muss, wie du schon vorhin sagst, im Kündigungsschutzprozess. Und der Arbeitgeber kann erstmal sagen, der hat mich draußen angeschwärzt, ja. Und ich muss dann sagen, Verdacht, Abhilfe und so weiter. Und dann wissen wir ja, wie gut das dann in einer Praxis funktioniert. Ja, und dann kommt noch das Arbeitsgericht her und sagt, ja, mach ja wohl alles sein. Aber, lieber Arbeitnehmer, du hast eine Loyalitätspflicht gegenüber deinem Arbeitgeber. Und solange wir nicht in der Katalogstraftat des Paragrafen 138 Strafgesetzbuch unterwegs sind, für die Zuschauer, in 138 StGB ist geregelt, die nicht anzeige geplanter Straftaten. Es gibt Straftaten, wenn man die nicht anzeigt, dann ist man selber dran. Das sind so illustre Straftaten wie Vorbereitung und Führen eines Angriffskrieges, Völkermord, Mord und Totschlag. Ich glaube, raubschwere Erpressung irgendwie, glaube ich noch. Aber auch die Druckgeistfahrt, das finde ich immer total toll. Das sind also echt die heftigen internationalen Kriegsverbrechen, die da benannt werden und dann die Druckgeistfahrt. Naja, die unkalkulierbaren, wirklich extrem gefährlichen Geschichten. Aber die Druckgeistfahrt ist da, aber klar. Ich habe kein Verständnis für Leute, die besoffenen Autofahren. Aber das darf und muss man ja tatsächlich anzeigen. Aber bislang ist ja die Rechtsprechung allgemein so. Die Loyalitätspflicht führt auch dazu, was Arbeitnehmer ja furchtbar gerne machen, den Chef beim Finanzamt anschwärzen. Wo sich das Finanzamt und der Fiskus total darüber freuen, weil die nämlich dann Kohle kriegen. Aber den Job ist der Kerl dann los. Und ich finde, die Gefahr ist hier auch. Das können wir keinem raten. Und es ist eben vom Staat aus meiner Sicht ein bisschen vom Gesetzgeber ein bisschen scheinheilig, wenn er in so einer Situation, wie du sagst, die Leute darauf setzt, dass die Leute eben ihr Arbeitsverhältnis riskieren. Das kann man nicht erwarten von den Menschen. Gut, also ich sage mal so, wir sind uns beide einig, relativ zahnloser Tiger. Wir haben ein bisschen gesagt, was man je nachdem, in welcher Position man ist, machen kann. Aber du hast ja, wir gucken ja immer ein bisschen wechselseitig unsere Videos. Und ich habe auch nochmal deinen Kanal, der wird unten nochmal verlinkt. Und jetzt hast du ja schon gesagt, wir sind bei der Impfpflicht vielleicht gar nicht einer Meinung. Jetzt bin ich natürlich total gespannt. Wir haben es in der Vorbesprechung jetzt nicht vertieft, damit der Streit glaubwürdig rüberkommt. Fangen wir mal ganz im Allgemeinen an. Erstmal. Wir sind uns wahrscheinlich beide einig, dass aktuell, wo es keinen Impfstoff gibt, es keine allgemeine wirksame gesetzliche Impfpflicht geben kann. Oder sind wir da auch schon? Streiten wir da auch schon? Nee, also mal abgesehen davon, dass wir keine haben. Es auch außer bei Markus Söder niemanden gibt, der uns ansatzweise darüber nachdenkt. Warte mal ab, was Markus Söder denkt, weil es ist doch Markus Söder. Und er hat sich auch bei seinen eigenen Leuten nicht durchgesetzt damit. Das Ding ist, also nehmen wir mal an, es gäbe eine gesetzliche Impfpflicht, die ich persönlich durchaus befürworten würde. Allerdings nicht zum augenblicklichen Zeitpunkt, aus dem einfachen Grund, wir haben einfach nicht genug Stoff da. Und wenn wir eine Impfpflicht hätten, würde die ja auch gleichzeitig umgekehrt einen Impfanspruch auslösen. So zumindest irgendwie Ende der 50er Jahre irgendwie mal das Bundesverwaltungsgericht, das ging damals noch um die Pocken, glaube ich. Da haben die sich schon mal mit der Frage auseinandergesetzt, ob das überhaupt verfassungsgemäß ist. Da haben die gesagt, ja, ist es. Das war aber noch das Reichsimpfgesetz, was da irgendwie Anwendung gefunden hat. Da war noch nichts mit Infektionsschutzgesetz oder so. Aber die haben halt auch deutlich gesagt, und das war auch klar Gegenstand, die Leute wollten nicht, dass nicht geimpft wird, sondern sie wollten, dass geimpft wird. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, doch, das löst auch gleichzeitig einen Impfanspruch aus. Das wäre hier mit Sicherheit ganz genauso. Und deswegen ist es im Moment nicht einführbar, weil der ist nicht erfüllbar. Gut. Solche Sachen nicht zu erfüllen, das ist ja im Moment, na, AstraZeneca erfüllt auch keine Verträge mit Impfstoffen. Gut, wollte gerade sagen. Aber okay. Also du, wir, ich würde es, wir kommen gleich zu der Impfpflicht für bestimmte besondere Personengruppen. Aber bleiben noch mal ganz zu der allgemeinen. Sind wir uns also insofern einig? Ich würde noch Einschränkungen machen, die Einschränkungen machen. Also bei dir höre ich so raus, du sagst, okay, wenn wir aber genug Impfstoff hätten, dann könnte eine Impfpflicht eingeführt werden. Für dich spricht ja auch noch dieses abgelehnter Eierantrag bei den Masern, bei den Maserimpfungen. Ich glaube, dass für eine gesetzliche Impfpflicht mehr gegeben sein muss, als für eine Zulassung eines Impfstoffs im beschleunigten Verfahren. Ich glaube, dass hier, wenn im Verfassungsgericht, so lese ich diese Urteile, die da sind, wenn eine auch empirische Erfahrung mit dem Impfstoff, wenn die klar belegt, dass wir einen großen Nutzen im Verhältnis zu einem vergleichsweise niedrigen Risiko haben, dass dann eine Impfpflicht eine gesetzliche geht. Meiner Ansicht nach ist aber die Hürde, weil es eine Impfung ist, eine Körperverletzung, das ist wirklich ein stärkerer Eingriff in Grundrechte. Danach kommt direkt Folter, sage ich mal. Das ist wirklich, also wenn die Körperverletzung zugeführt wird, das ist was, da wird was nicht reingespritzt. Also deswegen glaube ich an eine gesetzliche Impfpflicht in absehbarer Zeit, sage ich mal, nicht. Ich halte sie aber, insofern sind wir uns einig, zumindest denkt theoretisch für möglich, glaube aber Corona ist zu Ende, bevor wir soweit sind, dass sie verfassungsgemäß wäre. Also nächste Kölschwette wäre, ich wette, es wird keine Corona-Impfpflicht geben für die Allgemeinheit. Also ich sage mal so, wenn Corona wirklich bis zu dem Zeitpunkt zu Ende ist, würde das ja bedeuten, wir haben ohnehin genug Leute gefunden, die sich freiwillig impfen lassen. Dann hätten wir höchstwahrscheinlich schon das Erfordernis überhaupt nicht, um überhaupt eine Impfpflicht einzuführen. Und dann dürfte sie alleine deswegen schon verfassungswidrig sein. Aber ich bin jetzt keiner von denen, die sagen, nee, auf gar keinen Fall eine gesetzliche Impfpflicht. Da muss man tatsächlich mal gucken, wie sieht das aus, wenn wir genug haben. Angeblich ja im Sommer kriegt jeder ein Impfangebot. Ich freue mich schon drauf. Die sollen mir bloß da so eine Nadel in den Oberarm rammen. Dann müssen wir mal gucken, wie viele das dann sind. Und hoffentlich sind es genug. Wenn wir es dann nicht brauchen, ist alles prima. Aber man weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Heißt jetzt gerade weder Ja noch Nein? Ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird. Ich werde mal unsere Diskrepanzen zusammentragen. Oder werden wir in einem kurzen Video eine Abstimmung zu jedem Punkt machen? Oder werden wir das schön festhalten? Oder werden wir es im Spätsommer auswerten? Dann werden wir sehen, wer von uns Rechthabern dann recht hat. Ich habe ja schon überlegt, temporär nach Israel auszuwandern, um meine Impfung zu kriegen. Ja, mach eine. Aber die lassen gerade keinen rein. Das ist gut. Die wissen schon, warum. Ja, gut. Also jetzt nochmal würde mich nochmal interessieren, lass uns nochmal kurz den Schwenk machen zu Impfpflicht für besondere Personen, Arbeitnehmer, Gruppen. Weil da bin ich wieder ein bisschen, ja. Also wie sieht es aus, Impfpflicht, sagen wir mal, für die Pflegekräfte? Vorausgesetzt, der Impfstoff ist ausreichend da, aber noch nicht so weit, dass meine Voraussetzungen erfüllt werden. Man weiß schon auch empirisch genug über den Impfstoff. Also wie sich das so in der Masse verhält praktisch. Wie das nach sieben Monaten Impfung aussieht und so weiter. Wie siehst du da die Möglichkeiten? Werden wir, wenn der Impfstoff ausreicht, eine gesetzliche Impfpflicht für Krankenhaus- und Pflegepersonal und oder kriegen? Auch da wird es wahrscheinlich darauf ankommen, wie die Impfbereitschaft beim Pflegepersonal insgesamt ist. Wenn man manchen Medienberichten Glauben schenken darf, kann man ja den Eindruck gewinnen, unsere Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sind voll mit Impfgegnern. Das ist erfreulicherweise so, wie ich irgendwie gehört habe, nicht so. Also alles, was ich so mitkriege, ist es eine deutliche Mehrheit. Es gibt einige Leute, die durchaus sagen, na ja gut, ich weiß noch nicht so genau, wie das Ganze dann da so funktioniert, wie das mit Nebenwirkungen ist, mit Langzeitfolgen. An der Stelle möchte ich gerne mal etwas ausräumen. Impfstoffe haben regelmäßig keine Langzeitfolgen. Dafür sind die gar nicht lang genug im Körper. Impfstoffe können, wie jedes Medikament, was irgendwie verabreicht wird und natürlich auch durch die Nadel, die da reingesetzt wird, können nur Nebenwirkungen aussetzen. Die können natürlich auch bei manchen Leuten allergische Reaktionen auslösen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber Langzeitfolgen sind nicht zu erwarten. Wenn man nicht gerade zu den 0,00000043% Leute gehört, die tatsächlichen Impfschaden davon tragen, die gibt es ja. Zwar in einem verschwinden geringen Ausmaß, aber es gibt sie. Und im Einzelfall ist das natürlich maßlos tragisch, völlig ohne Frage. Dann ist mit Langzeitfolgen irgendwie eher nicht zu rechnen. Zumal dieser mRNA-Impfstoff, wie ich gelernt habe, innerhalb von ein paar Tagen sogar wieder abgebaut wird. Der geht rein in die Zelle, lässt quasi den Bauplan, so die Ikea-Faltplan, lässt der da für das Immunsystem und ist dann wieder fort. Die gehen auch nicht in den Zellkern rein oder so. Sonst wäre es ein echtes Problem tatsächlich mit unserer eigenen DNA. Hey, Schuster, Schuster, lass uns bei unseren Leisten bleiben. Hey, ich hatte mal einen Bio-Leistungs-Kurs. Das ist meine Leisten. Okay, aber lass uns bei unseren Leisten bleiben. Also, jetzt nochmal, die partielle Impfpflicht, sind wir uns auch einig, wird auch schwierig, auch für spezielle Berufsgruppen. Jetzt nochmal die Frage, Sanktionen. Also, ich habe jetzt hier diverse Fälle, wo die Arbeitgeber den Arbeitnehmern androhen, Abmahnung, Kündigung, Arbeitsentgelt, Einstellung, Beschäftigungsverbot, bla, bla, bla. Wenn ihr euch nicht impfen lasst, hältst du da irgendwas von für wirksam? Also, ich würde alles für unwirksam im Moment halten. Hältst du da irgendwas für wirksam von? Nö. Ich bin, ich habe ja auch zwei Videos dazu gemacht. Also, ich halte quasi eine Impfpflicht durch den Arbeitgeber angeordnet und das wäre ja über den Umweg sowas, halte ich schlicht nicht für rechtlich durchhaltbar. Also, in keiner Variante. In der Allgemeinen sowieso überhaupt nicht und auch nicht fürs Pflegepersonal. Das ist, also, die Argumentation ist immer so ein Stecken, die andere Leute an. Ja. Bei den Fällen, die ich so mitgekriegt habe. So, dieser Zahnarzt, der in Oberbayern, der ja auch schon irgendwie für seine Leute Impftermine ausgemacht hat, ich weiß immer noch nicht, wie der das geschafft hat. Das ist natürlich gar nicht. Ach so, okay. In Oberbayern kennt man sich vom Stammtisch. Und das war ja ein heerer Gedanke, den der hatte. Der hat ja gesagt, ich will nicht, dass meine Patienten hier angesteckt werden und meine Leute sowieso nicht. Und deswegen sollen die sich alle impfen lassen. Der Grundgedanke war ja noch nicht mal irgendwie fies. Aber natürlich total verquer. Und dann zu sagen, wer das nicht macht, wird unbezahlt von der Arbeit freigestellt. Wir sind uns, glaube ich, eigentlich im ungekündigten Arbeitsverhältnis kann man ohnehin nicht einfach einseitig freistellen und schon gleich überhaupt nicht irgendwie unbezahlt. Ausnahme, wenn derjenige Fremd- und Eigengefährdung hat. Das hat man ja in seltenen Fällen, wenn Arbeitnehmer so krank sind oder zwar nicht offiziell arbeitsunfähig sind, aber wenn sie in Betrieb kommen, aufgrund ihrer Ausfälle, sage ich mal, einfach sich selber oder andere gefährden. Ich hatte mal tatsächlich so einen Vogel, der war, ja, ein Lieber. Er war lieb. Und auch fleißig. Das Problem war bloß, der war so fleißig, dass der immer fleißig auch in die Müllpressen reingestiegen ist. Und wenn irgendwie eine Mülltonne umgefallen ist, dann hat der auch hinter einem rückwärtsfahrenden Auto schnell noch die Mülltonne aufgehoben. Und da hat der Arbeitgeber gesagt, den können wir nicht beschäftigen. Das geht überhaupt nicht. Ja, war ein langer Prozess, den wir da geführt haben. Mussten dann auch noch ein arbeitsmedizinisches Gutachten. War alles ein bisschen schwierig. Aber das sind ja seltene Fälle, wo das ist. Und da könnte man vielleicht argumentieren, also wer sich nicht impfen lässt, der ist dann vielleicht mit Eigen- und Fremdgefährdung dran. Halte ich aber für Quatsch. Also wir sind uns beide absolut einig, Abmahnung, Kündigung, nein, Arbeitspflichtenverstoß und so weiter, alles nein. Und bei der Freistellung ohne Entgelt große, große Skepsis, bei mir auch, wäre am ehesten noch mit dieser Argumentation denkbar. Aber ich glaube es auch nicht. Ja, also würde ich jetzt auch sagen, nein. Also die Arbeitgeber sollen, machen sie ja auch, sollen Preise ausloben, Überzeugungsarbeit leisten. Und die Arbeitnehmer, die es eben partout nicht machen, da muss ja der Arbeitgeber sowieso erst mal darlegen, warum mit den vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen die Beschäftigung überhaupt problematisch sein soll. Und dann kommt dabei raus, dass der so alles Mögliche, was gerade von ihm verlangt wird, einfach nicht gemacht hat und hat dann, statt auch noch Erfolg zu haben, hat der auch noch die Arbeitsschutzbehörde auf dem Hals, die ihm die Hütte dicht macht. Das ist klar, ja. Wobei ich da wieder sagen muss, auch wieder aus den Pflegeheimen und so, es ist halt dort wirklich dramatisch. Auch der Arbeitgeber ist in einem starken Haftungsproblem drin. Die Angehörigen, also die Alten, höre ich da, sterben wie die Fliegen. Die kriegen teilweise, die kippen beim Essen einfach zur Seite, kriegen nicht mal das weiße Dreieck vorher. Also das ist wirklich schlimm, was da passiert. Ich glaube, 70, 80 Prozent aller Todesfälle in den Heimen. Und da muss man auch mal fragen, was wird da eigentlich genug gemacht, um das Ganze zielgerichtet zu schützen? Aber ich glaube, trotz allendem sind wir uns einig, also Abmahnung und Kündigung nicht. Und bei den anderen Sachen, wie du sagst, dann würde man sofort im Gegenzug auf Arbeitnehmerseite das ganze Schutzsystem hinterfragen. Und das wäre für die meisten Arbeitgeber dann doch peinlich wahrscheinlich. Selbst für die, die sich bemühen. Zumal wir im Augenblick noch nicht wissen, wie das mit den Verhältnissen geimpft sind, ob die noch weiter infizieren oder nicht. Es gibt erste Hinweise tatsächlich aus Israel. Wir profitieren ja davon, dass die Israelis so fleißig schon am Impfen sind. Die haben ja schon 20 oder 25 Prozent ihrer Bevölkerung durchgeimpft. Die haben natürlich, muss man auch sagen, die haben einfach mal, die haben Wabonk gespielt. Die haben ja alles auf eine Karte gesetzt. Die waren ja der Meinung, BioNTech, Pfizer, die werden es machen und haben da kräftig bestellt. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Hätten die gesagt, Merck, ja, dann würden sie nie welche kriegen. Weil Merck hat aufgehört. Man muss an der Stelle auch mal sagen, ich finde es eigentlich großartig, dass die diverse Unternehmen da innerhalb von einem Dreivierteljahr so einen Impfstoff aus dem Boden gestampft haben. Das muss man ja auch mal irgendwie, sollen wir mal fröhlich sein. Na, ich finde es auch großartig, dass es, das wurde ja teilweise kritisiert, aber ich finde es großartig, dass in bestimmten Ländern es zügiger vorangeht, weil man einfach dadurch, wie du gerade auch angedeutet hast, man kann ja dadurch Erfahrung sammeln. Wie sieht es denn aus, wenn jetzt ein bestimmter Prozentsatz geimpft ist? Da gibt es alle möglichen Hochrechnungen, aber solange man gar nicht weiß, wie ansteckend die Leute dann noch sind, ob die Impfung eben nur, was gesichert ist, den Verlauf mildert oder ob sie auch die Ansteckung aufhebt. Solange kann man viele Fragen überhaupt nicht beantworten. Also es gibt wohl aus Israel erste Hinweise. Die sind da natürlich auch vorsichtig, weil das sind ja nochmal auch Wissenschaftler, die das dann da machen. Es gibt wohl erste Hinweise, dass die Leute nicht mehr infektiös sind oder sehr schnell nicht mehr infektiös sind. Aber ganz sicher ist es noch nicht. Es gibt auch eine ganze Reihe an Nebenwirkungen bei manchen Leuten, die irgendwie unangenehm sind. Habe ich jetzt mitgekriegt, habe ich heute Morgen noch in der Times of Israel gelesen, die aber auch nach drei, vier Tagen wieder vorbeigehen. Ja, das habe ich. Das sind auch so bei Älteren wohl auch Gesichtslähmungen und so eine Geschichte. Das ist natürlich unangenehm, aber ganz unter uns. Drei Tage Gesichtslähmung ist alles besser als tot. Ja, und ich habe auch bei den Nebenwirkungen, das kann man nicht leugnen. Ich habe auch direkt von Leuten, also ich bin ja vorsichtig mit dem, was man aus der Presse hat, aber von Freunden gehört, die schon geimpft wurden, weil sie jetzt im Pflegebereich zum Beispiel sind und die haben eine kleine Corona gehabt. Also Schmacksverlust für drei Tage, Großverlust, aber alles in der abgemilderten Form. Aber alle Symptome, Fieber, alles. Aber das ist ja, wie du sagst, gerade die müssen sich ja mal überlegen, wie die Symptome wären, wenn die nicht geimpft wären. Auf die Impfung, auf diesen Müh-Teil schon so reagieren. Wie würden die denn auf eine richtige Geschichte reagieren? Und das sind auch alles Leute gewesen, die auch besonders gefährdet waren. Also vom Alter her und männlich. Und da muss man ja gucken, welchen Sinn hat die ganze Geschichte. Der Sinn ist ja immer noch bei allem, was gerade gemacht wird. Man kann sich an der einen oder anderen Stelle unterhalten, ob das sinnvoll ist oder nicht oder ob das verhältnismäßig ist oder nicht. Aber der Sinn der ganzen Sache besteht ja darin, unsere Kliniken quasi sauber zu halten. Dass möglichst das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Und jeder, der geimpft ist, und selbst wenn die für drei Tage dann keinen Geschmackssinn haben oder Geruchssinn haben im Extremfall, aber auch die landen nicht in der Klinik. Ja, genau. Also das denke ich auch. Und jetzt haben wir die Homeoffice-Geschichten, den Arbeitsschutz des Arbeitgebers, da die Impfpflicht. Ach so, da wollte ich dich vorhin fragen, das haben wir vergessen. Wir hatten ja gesagt, so ein Schutz- und Hygienekonzept ist nicht schlecht. Ja, die Gefährdungsbeurteilung aktualisieren. Haben wir sonst noch so aus dem ganzen Konglomerat jetzt so praktische Hinweise, die wir noch geben können an die verschiedenen Zielgruppen? Also du hattest ja im Betriebsrat schon gesagt, mal ein bisschen auf Betriebsvereinbarungen hinwirken, auf jeden Fall. Und dann, ja, was können wir noch, haben wir noch irgendwas, wo wir noch Tipps geben können? Ja, also ich hatte jetzt schon mal die Anfrage, auch hier wegen der Maskengeschichte. Was mache ich eigentlich, wenn der Arbeitgeber keine stellt? Rein praktisch betrachtet, ganz ehrlich, gehen die Apotheken, hol dir ein paar. Oder bei der Metro gibt es hier so 20er-Packs für noch nicht mal wirklich viel Geld. Theoretisch könnte man wohl auch aus 670 fortfolgende BGB, könnte man sich das wohl zurückholen. Ob das lohnt, weil, also ganz ehrlich, bei dem Streitwert, da sind die Anwaltskosten ja höher als das, was man selber ausgegeben hat. Arbeitsverhältnisse, Dauerschuldverhältnisse würde ich auch nicht machen. Nee, ich würde dann tatsächlich sagen, wie ich das manchmal auch bei den Betriebsräten mache. Betriebsratsliteratur, du weißt, welches die wichtigste Literatur für die Betriebsräte ist. Klaus von Klausewitz vom Kriege. Ah, okay. Da kann man viel über Strategie und Taktik lernen. Okay. Und die Dinger kosten 3,95 in so einem kleinen Ding, wo jemand sagt, komm, also bevor man da irgendwie ein Beschlussverfahren führt, ob der Arbeitgeber das leisten muss oder nicht, beholt es aus eigener Tasche. Aber es ist wirklich lesenswert. Kann man anders nicht sagen. Du bist aus der DDR, du solltest das eigentlich kennen. Ich stelle öfter mal hier Bücher vor. Ich empfehle ja für jeden Nachttisch hier die Selbstbetrachtung von Marc Aurel, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, so ein bisschen zur Beruhigung, wie schlimm es auch sein kann, das Leben, um dann auch selbst sich ein bisschen zu erden und die Dinge vielleicht alle nicht so extrem anzufassen und so zu reagieren, wie es vielleicht manchmal gar nicht notwendig ist. Also weil die Pandemie ist ja schon schlimm genug, aber was wir teilweise hier aus der Pandemie gerade in den sozialen Netzwerken machen, ist ja, wir brauchen ja bloß mal unsere beiden Kommentare immer unter den einschlägigen Videos, wahrscheinlich auch unter denen hier wieder zu gucken und weiß Bescheid. Also ganz ehrlich, bei allen Videos, die ich gerade mache, die irgendwie mit Corona zu tun haben, setze ich tatsächlich die Kommentare auf die Funktion, dass die vorher von mir überprüft werden. Ich lösche nur Straftaten, das macht mein Mitarbeiter, wenn die Straftaten sich gegen mich richten, lösche ich auch nicht, lasse ich auch stehen, ich finde den Diskurs an sich auch okay, aber ich finde auch, ich versuche auch immer, ich sage auch bestimmte, du bist manchmal sogar noch viel härter als ich jetzt in den Formulierungen, ich zum Beispiel sage, auch nicht Covidioten oder irgendwas, für mich entspringen fast alle Dinge Ängsten, sowohl der Menschen wie uns beiden, die sagen, wir wollen hier auf absolut vorsichtig gehen, aber aus der gleichen Gefühl, Angst, und das ist halt eine starke Triebkraft, die stärkste Triebkraft überhaupt, entspricht ja auch das Bedürfnis der Leute, die sagen, wir wollen eben dies nicht und das nicht und wir haben Angst, dass bei uns da, was weiß ich, die Weltbevölkerung jetzt reduziert werden soll über diesen Umweg Corona und dann über die Impfung und so weiter, also das, wenn du dich in so einschlägige Foren begibst, ja, ich empfehle jedem da mal so einen Test zu machen, zum einen mal in eine Facebook-Gruppe von Corona-Leugnern zu gehen oder vielleicht bei Telegram lieber, aber was auch interessant ist, geht doch mal in eine Facebook-Gruppe von Leuten, die Corona haben und guckt euch mal an, was die da jeden Tag live von ihrer Erkrankung und vom Verlauf berichten. Leute, also 25-Jährige, die im März infiziert waren, keinerlei Symptome hatten und jetzt plötzlich an Weihnachten 66% Lungenvolumen und merken, da kommt keine Treppe mehr hoch und das, warum guckt sich das keiner an? Ja, also beides sollte man sich, wenn man jetzt seine Ängste einnorden will, sollte man beide Fronten sich immer haben. Also, zur Klarstellung, ich bin noch nicht mal so wahnsinnig übervorsichtig, ich bin jetzt auch nicht in Anführungsstrichen panisch, was für mich selber angeht, weil ich denke mir erstens mal, wahrscheinlich hatte ich es zwischendurch tatsächlich schon, ich weiß das gar nicht so genau, im Frühjahr, als die Gerichte wieder aufgemacht haben, dann musste ich beim Arbeitsgericht Bonn, musste ich immer eine Erklärung unterschreiben, dass ich keine Symptome habe. Da habe ich gesagt, Leute, das kann ich nicht unterschreiben, wir haben Heuschnupfenzeit und ich bin Raucher, selbstverständlich habe ich Symptome, mir läuft die Nase und ich huste dauernd. Außerdem so nach Karneval, man weiß es ja immer nicht so, ist es jetzt die Influenza-Karnevalensis, die jährliche oder war es schon? Keine Ahnung. Ich denke mir auch, wenn ich es nochmal kriegen sollte oder schon hatte, ich persönlich werde es überleben. Ich will nur keine anderen gefährden. Und ich möchte ganz gerne, wie alle anderen auch, mich mal wieder mit meinen Freunden in der Kneipe treffen. Ich möchte einen Grill anmachen, hinten im Garten, ohne zu zählen, wie viele sind das und wie viele Haushalte. Ich will wieder in die Eishockey-Arena, ich will in den Urlaub, ich will wieder all die schönen Sachen machen. Und je vernünftiger wir jetzt einfach sind, desto eher können wir das auch wieder machen. Das ist eigentlich eine relativ einfache Rechnung. Mir pisst das auch an, dass ich hier den ganzen Tag zu Hause rumhocke. Aber da siehst du wieder, wie unterschiedlich, wie man bei euch sagt, die Jecken sind. Mir zum Beispiel macht das überhaupt nichts aus. Ich bin eh so ein bisschen misantropischer Typ. Also ich finde es total schön, mit meiner Familie, mit meinen Mitarbeitern, mit meiner, hier und so, auf dem Lande, meinen Kühen, alles schick. Ich aber sage ganz klar, ich habe keinen Bock, den Mist zu bekommen. Ich will ihn einfach wirklich nicht bekommen, im Prinzip aus zwei Gründen. Und zum einen, weil ich keine, ich brauche immer meinen Sport. Heute Abend gehe ich wahrscheinlich noch joggen, um runterzukommen. Nach so einem, ja, jetzt mittlerweile, ich fange ja immer um halb sieben an. Ich bin jetzt beim 13-Stunden-Tag gerade, um halb acht, 19.30 Uhr. Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich könnte jetzt keinen Sport machen, weil die Lunge nicht funktioniert, weiß ich gar nicht, wie ich da zurechtkommen soll. Ich sage es mal so, ich tue ja meinem Körper alles, was ihm gut tut. Ja, du machst ja. Mit der Ausnahme von Sport, Nikotinverzicht, gesundem Essen, Alkoholverzicht und hinreichend Schlaf, kriege ich auch nie unter der Woche. Also, eigentlich bin ich prädestiniert, um die Mitte 50 einfach abzuklappen. Aber, ich verstehe mich auch prima mit meiner Frau, erfreulicherweise. Insofern ist das auch nicht so schlimm, dass wir hier aufeinander hocken. Aber, man will einfach mal wieder irgendwie, raus. Du bist ja, du bist ja so eine rheinische Frohnatur, für dich ist das ganz wichtig. Aber, jeder hat ja seine eigenen, das ist ja auch der Witz dabei, jeder hat ja seine eigenen Bedürfnisse. Aber, ich sehe mich eben im Weiteren auch dann, als Arbeitgeber einer Kanzlei von Mitarbeitern, wir haben hier ständig, jeden Tag laufen hier irgendwie, Pi mal Daumen, 20 Fristen ab. Und, wir stellen mal vor, heben raus, eine Quarantäne rein. Das wäre wirklich, ich wüsste gar nicht, wir haben da unseren Notfallplan, aber wäre ein Riesenmist auch. Und, wenn man sich so diese Gesamtsituation betrachtet, finde ich, dann kommt man noch meistens dazu, dass es sich schon lohnt, vorsichtig zu sein. Jetzt mal abgesehen. Ja gut, da wäre ich ja, dadurch, dass ich keine Mitarbeiter habe und auch sonst irgendwie, wir sind ja eine Bürogemeinschaft, das heißt, wir sind da noch nicht mal irgendwie übergreifend in den Akten drin. Da würde ich schlimmstenfalls, würde ich den Kollegen hier um die Ecke anrufen und würde ihm sagen, hör mal, ich bin in Quarantäne, geh bitte gerade rüber, sagt der Yvonne, die soll dir die und die und die Akte geben und dann geh für mich ins Gericht. Also das wäre für mich auf einem kurzen Dienstweg eher machbar, zumal ich auch nicht die Fallzahlen habe wie du. Also wenn ich zehn Sachen neu in einem Monat habe, ist das echt richtig viel. Aber gut, du hast dafür nicht die Leute, die dich dann vertreten können. Klar, also doof ist es bei dir genauso, aber bei mir ist es ja richtig eine Existenzbedrohung, wenn so viele Fristen auf einen Schlag abgabbeln, die ganze Haftungsgeschichte, ich kann keinem sagen, geh mal hier rein und mach da irgendwas, weil der gar nicht, also wir haben ein System so mit Gruppen, das ist halt auch so gemacht, es kann im Prinzip dürften, die nicht bei einer Quarantäne jetzt nicht uns alle lahmlegen, weil immer ein Teil der Leute nicht im Homeoffice ist, aber ich will es nicht testen. Nein, muss nicht. Und man will ja auch nicht, dass es irgendjemandem schlecht geht im persönlichen Umfeld, seien das Kollegen, Mitarbeiter oder Verwandtschaft. Gut, so manch einer denkt sich wahrscheinlich, okay, wenn es läuft, dann läuft, aber gut, Wir haben hier auch ein Beispiel, zum Beispiel aus dem Nachbarort von Mobbing, da hat eine Corona-Symptome gehabt, hat sich testen lassen, nein, ist kein Corona, hat ihre Nachbarschaft angesteckt, die, 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 die sind jetzt, die ist jetzt Mobbing-Opfer, also nicht im arbeitsrechtlichen Sinne, sondern im nachbarrechtlichen Sinne, und das willst du alles nicht haben, das geht auch gar nicht, also ganz ehrlich, ich habe ja schon Anfang März, als es so sich rauskristallisiert hat, okay, das Ding ist wirklich eng, also mit dem Wissen von zwei Wochen später, wäre ich nicht mehr beim Karneval gewesen und schon gar nicht beim Zug, ich habe Anfang März schon in Tel Aviv-Nord angerufen und habe da mal nachgefragt, hier, wie ist das eigentlich, haben wir was damit zu tun, und da hat man mir schon glaubhaft versichert, nein, wir waren es diesmal nicht, wir haben keine Brunnen vergiftet, wir sind raus aus der Geschichte, und Bill Gates, der ist noch nicht mal Jude, wie die auf den kommen, das ist, ja, naja, gut, aber lass uns bloß nicht, ich will über diese Geschichten überhaupt nicht reden, weil dann bist du sofort wieder in diesem, also, dann rufen wir die alle wieder hier raus, werden wir schon machen, keine Sorge, die werden sich hier raus, du sowieso, ja, gut, haben wir noch was vergessen, also aus der Tipp-Geschichte, Masken hatten wir auch gesagt, mir fällt jetzt eigentlich nicht so richtig was ein, wir sind bei einer Stunde, über einer Stunde Drehzeit, wenn wir jetzt, lass uns nicht zu lange machen, sonst kriegen wir auch wieder den Lava-Vorwurf, den wir ja beide ab und zu mal einfangen, ja, ja, aber lass mal, das Video ist echt gut angekommen, das hätte ich echt nicht gedacht, obwohl es über eine Stunde gedauert hat. Wir haben ja noch dabei, wir waren ja zu dritt quasi, haben ja alle drei unsere Meinung gesagt, und bei mir gab es auch keinen einzelnen Daumen runter, ja, war alles, war alles gut, war gut. Nee, ich glaube, wir haben tatsächlich das Wichtigste, haben wir doch mehr Einigkeit, als ich das gedacht hätte, nachdem ich dein Video gesehen hatte. Nö, ich habe nichts gefunden, also bei der Impfpflicht, wie gesagt, aber da mache ich ja mit dir eine Wette, biete ich dir ja ehrlich an, also kannst du ja, kannst du ja einen Preis aussuchen und ansonsten, du trinkst ja dann lieber Wein, ne? Ach, das ist mir wurscht, ich trinke mit dir auch mal, wenn ich es mal schaffe. stimmt, ich habe ja gelernt, du trinkst eigentlich alles. Ja, wenn ich es mal schaffe, zu dir da und zu Michael in eure Ecke mal zu kommen, dann trinke ich auch Kölsch, also alles okay. Ah, dann fahren wir nach Köln ins Bäfchen und dann schlappern wir uns mal schön ein. Genau, mein Lieber, ich muss Rapport essen mal, du musst dich um deine Katze kümmern. Ja, nee, die Katze ist gerade raus, wahrscheinlich will sie gleich wieder rein. essen sollte ich vielleicht auch mal was, ja. Ich bin schon weit über bei der Zeit, ich merke hier schon mal den Blutzuckerspiegel, der kackt schon ab. Na gut, dann, wenn wir was vergessen haben, machen wir einen Ergänzungsteil, vielleicht dann auch mit Michael mal wieder. Wenn er darf. Genau, wenn er freigelassen wird und ansonsten, auf jeden Fall, bleib gesund, mein Lieber. du auch mein Lieber, ne? Grüße in die Hauptstadt. Mach's gut. Tschau sie.